Gut, da bin ich mal wieder mit Hokage Ninja Duel und heute machen wir mal wieder eine kurze Runde mit einem Code und das probieren wir einfach, wir gehen oben links auf unser Profilbild und dann geben wir folgenden Code einmal ein und zwar 22Y386 ein großes N und dann die 99666 und bekommen dafür eine ganze Menge, oha, krass, das gibt richtig, richtig viel Stuff und ja, da hoffe ich mal, dass ihr den Code vielleicht noch nicht hattet und ich euch damit weiterhelfen konnte, denn dafür kriegt ihr ja einiges an Gegenständen, sogar einen Sasuke nochmal mit oben drauf, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet das gut gebrauchen und es hat euch weitergeholfen, falls ja, gebt mir doch gerne mal einen Daumen nach oben, wenn ihr noch mehr Codes kennt, bitte in die Kommentare packen, das hilft nicht nur mir, sondern vielleicht auch vielen anderen, die die Kommentare dann noch lesen werden und ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein mit dem Code, ich bedanke mich einmal an den Kommentar, der nämlich im letzten Video aufgetaucht ist, denn sonst wüsste ich den Code gar nicht, also vielen Dank an dieser Stelle und ja, ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuschauen, macht's gut, bis morgen Abend und ciao, ciao und ja, ich bedanke mich auch beim Video auf, bis morgen Abend und bis morgen Abend und bis morgen Abend und bis morgen Abend und bis morgen Abend